Hallo und herzlich willkommen, liebe Fanatiker, zu einem weiteren Fratzfanatik-Tag und diesmal spielen wir Battlefield Hardline, die Beta. Da konnte man sich registrieren und ich habe mir jetzt gedacht, das nehme ich jetzt für den Fratzfanatik-Tag mit dabei ist der Marvin. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Fratzfanatik-Tag. Oder bist du schon draußen? Ja. Okay, ich fahre Motorrad. Und wir spielen den Modus Blood Money. Und da muss man einfach von so einem Geldpunkt Geld abholen. Warte mal. Oh Gott. Oh Gott. Oh fuck. Oh fuck, ich muss weg. Oh Gott. Ich muss weg. Ich glaube, da war bei uns. Die stürmen gerade unseren Punkt. Und dann kann man halt vom Gegner das Geld klauen. Oder von mir. Ähm. Ähm. Äh, von mir. Von. Da von dem Money Pill sieht man da gerade. Von dem Enemy Vault. Und. Ähm. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Ab da rein. Ich werde beschossen. Oh, ich habe 88 HP. Nice. Ich steige da mal ein. Weil das ist einfach so böse gewesen, wenn ich die, ähm. Nein. Ich bin tot. Okay. Äh. Was muss man noch erklären? Äh. Ich bin auch gerade mit dem Überlegen. Ey, wir können einen Helikopter. Wo bist denn du gerade? Bin ich überhaupt in deinem Squad? Ja. Oh, du bist irgendwie dauerhaft tot. Ja und? Wo bist du? Ja, ich sehe dich. Ich spau mal zu dir. Ja, ja, tu das. Dann spring ich wieder runter. Hallo. Denkst du dann spät den Fallschirm ziehen. Ach stimmt, da unten ist Manipel. Geronimo! Uhuhuuu! Ja gut, spät den Fallschirm gezogen, dass sie nicht sofort bis neu sind. Äh, so. Auf damit, und ich habe Baseballschläger als Dingens, ne? Das ist dann Bescheid. Pass auf, gell, da fliegt ein Polizei am Großhelikopter. Oh. Ich bin tot. Ich bin tot. Meinem Haus ist gerade richtig kacke. Äh, und zwar. Aber was ich noch erzählen wollte, ich bin, äh, am Mittwoch, habe ich mir so gedacht, ach, am Donnerstag nehme ich doch vor zweieinhalb Tag auf. Fällt mir so am Mittwochabend ein. Scheiße. Ich gehe ja morgen in den Europapark. Aber ich habe keine Lust mehr zu dir zu gehen. Ähm, ja doch, muss ich wohl. Und, dann bin ich halt, äh, am Donnerstag konnte ich dann halt nicht aufnehmen. Das heißt, jetzt nehme ich gerade am Freitag, äh, Hardline auf. Und ich hoffe, das kommt noch rechtzeitig, deswegen mache ich noch so eine kurze Runde und ich hoffe, dass wir jetzt mal... Ich glaube, ich gehe zu den Gegnern, älter. Und gönne mir da ein paar Money. Wo sind das? Oh Gott, leck. Ähm... Das Ding von den Gegnern ist, wenn du jetzt noch rechts abspringst. Oh Gott, ich bin gegen die Mauer geklatscht. Oh Mann. Was ist hier, wo ich bin graded? Mit der gestohlen oder was? Ja, unser Woll wird gerade... ...zulch... ...bestohlen, ja, wir werden grad gestohlen. Ah, halt so. Egal. Ich will, ich will, ich will, ich will, ich will, ich will. Wir sind bei unserem Ding und klauen Cash raus. Ja, das habe ich verstanden. So. Wo ist denn einer? Vier! Revive! Ich klaue grad Cash! Wollen wir gucken. Nachladen. Okay, wir sind hier in ganz viele. Das heißt... Ich bräuchte ein Fahrzeug. Ach so, das ist grad einer mit meinem Fallschirm abgesprungen. Oh, der hat... Der hat vergessen, den Fallschirm ab... Der hat's vergessen, den Fallschirm früh genug zu ziehen. Hehe. Äh, ich muss fliehen. Ich muss schnell weglaufen. Und ich brauch ein Auto. Oh Gott. Da ist einer mit dem Fallschirm. Nein, Auto, bleib stehen! Fuck. Scheiß Auto. Uhu! Ich hoffe, es erwischt mich kein Helikopter. Alter, wie behindert ist es? Ich muss jetzt zu Fuß dahin laufen. Richtig scheiße. Lol, ich glaub, wenn ich jetzt das abgebe, haben wir gewonnen, weil ich hab 500... Nee. Rechne mal. Man braucht 5 Millionen. Und ich hab nur 500.000 dabei. Oh fuck, ist der Osten. Mann, hier ist unser Helikopter. Mann, ich hab gleich das Geld da. Oh Gott. Guten Milan. Der Heli ist abgestürzt. Wir sind stolz auf dich. Oh nee. Ach, schneller! Ja, ich bin gleich da. Milan, guck dir mal an, was gerade beim Klochen ist. 400.000. Ich brauch noch 400.000. Ja, wir haben gewonnen. Ich war gerade dabei, den Gegnern 300.000 zu klauen, also haben wir uns getötet. Wir haben gewonnen, Freunde. Okay. Ich weiß gar nicht, wie lange die Runde ging, aber ist mir egal, weil ich auch nicht mehr so Lust auf das Spiel habe, weil es ist halt bei Hardliners so, das kommt jetzt einem vor wie so ein größeres DLC, wo man vielleicht, ich weiß nicht, wie viel zahlt man für ein DLC, maximal so 5 bis 10 Euro, kann das sein? Normalerweise zahlst du für ein Battlefield DLC schon so knapp 15 Euro zwischen 10 und 15. Und wenn man sagt, es ist ein großes, ich würde sagen, es hat so den Umfang von, ja, zwei DLCs, je nachdem, wie viele Maps sie noch machen und so weiter. Ja, schon. Das Problem ist halt dann auch noch, es gibt jetzt, glaube ich, bei, es gibt zwei Moody's, Haste und Blood Money. Blood Money ist ja das, was wir gerade gespielt haben. Haste habe ich nicht so ganz verstanden. Haste ist nicht so gut. Ja, und wie viel Moody kann man noch dazu bringen, wenn man halt sich mit, äh, mit Polizisten und, äh, Verbrechern halt bekämpft. Also es ist wie Payday, nur halt dann hast du dann, du kannst ja nicht viel Moody's dazu machen, Team Deathmatch ist ja eigentlich völlig sinnlos und sonst, äh, kann man, ne Kampagne wird es halt noch geben, aber so viele werden die Kampagne eh nicht spielen und sonst. Und die Kampagne wird, ähm, nach guter alter Battlefield man ja auch bugbehaftet sein. Ja. Weil, ich bin ja echt ein großer Fan von Battlefield, aber, äh, Kampagne, die klatschen sie einfach mal so, klatschen sie so hin und sagen, wir haben eine Kampagne. Ja. Aber egal, äh, ja, bis jetzt ist es nur ein größeres DLC, so ein Vollpreistitel ist es jetzt nicht so wirklich, aber ich hab, wir haben jetzt, ich hab euch jetzt mal ein bisschen die Beta gezeigt, vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr euch noch registrieren könnt. Ich guck mich mal um, ob ihr euch noch registrieren könnt, packt den Link in die Beschreibung und dann vielleicht kann ich's auch noch spielen, aber, äh, 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 die Zeit ist schon abgelaufen. Echt? Ja, ich guck dann nochmal. Aber egal, wir sehen uns beim nächsten Video bei Attack of the Empty dann, ähm, äh, jetzt entweder bring ich, ich muss gucken, wie ich das jetzt mach, da hab ich jetzt keinen Plan und, oder wir sehen uns dann morgen am Samstag bei, äh, beim PvP-Video oder Attack of the Empty. Und ich sag dann tschüss und bis zum nächsten Video. Tschüss. 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 Vielen Dank.